Einen schönen guten Sonntagmorgen wünscht euch der Bauerhauser der 17. Oktober 0800 auf dem Blumenfeld bei unserem Kürbiswagen. Wie immer jeden Morgen schaue ich mal hin, wo fehlt was, so wie hier. Etabes sind fast alle weg, wir haben noch etwas. Kleine Speisekürbisse, sind die Tarasse auch leer. Halloween-Kürbis sind auch gelaufen. Da wird auch aufgefüllt Halloween-Kürbis. Übrigens neblig und kalt heute Morgen. Ein Kontrollblick auf den Schloss der Kasse. Hier unsere Twint-Bezahlmöglichkeit. Wir haben Twint das zweite Jahr im Einsatz und dieses Jahr läuft das wie verrückt auf Twint. Sehr viele bezahlen damit. Das ist auch praktisch. Du musst kein Bargeld dabei haben, du kannst exakt den Betrag eingeben und bezahlen. Und das noch spezielle daran ist, man drückt nur einen Knopf. Man muss nicht Geld hervornehmen und es räut einem weniger. Und hier unser Bauwagen. Türe öffnen. Kartoffeln und Zwiebeln immer in der Nacht im Bauwagen. Und jetzt wird es rausgenommen. Die Glocken von Kirchberg. Und jetzt muss ich da schnell mal auf die Bank. Ich habe kein Bargeld mehr. Ja, und auch am Sonntag müssen Kürbis aufs Blumenfeld raus. Und ich starte wieder meinen Samen Leopard, mit einem Schraub. Ich habe kein Bargeld mehr in der Nähe. Ich habe kein Bargeld mehr in der Nähe. Ich habe kein Bargeld mehr in der Nähe. Ja, Besuch von Chilis Hofladen. Und es ist immer interessant mit Berufskollegen zu diskutieren. Es gibt viel zu besprechen. Ja, das kann man sagen. Als Landwirt hat man immer etwas zu besprechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen.